Und aus? Außerdem kann ich gar nicht mehr richtig schlafen. Meine Eltern machen jeden Tag Stress. Ich will endlich meine eigene Bude. Und jetzt sitze ich auf der Straße, weil der Typ Eigenbedarf angemeldet hat. Wir brauchen drei Zimmer, einen Balkon, coole Nachbarn und auch Platz für unsere bellende Schildkröte. Das klingt nach Wohnungsbaugenossenschaften. Da bekommst du auch moderne Wohnungen. Günstige Mieten, ein Leben lang. Gemeinschaft und Flexibilität. Du bist geschützt vor Eigenbedarf und Hausverkauf. Gleiche Rechte und Pflichten für Mieter und Vermieter. Aber wie soll denn das jetzt bloß funktionieren? Na, das ist doch alles ganz simpel. Um Mitglied der Wohnungsbaugenossenschaft zu werden, musst du einen Antrag stellen. Als Mitglied hast du die Möglichkeit, dein Wohnen selbst mitzubestimmen, indem du ein gewählter Vertreter aller Mitglieder wirst. Die Vertreter werden alle fünf Jahre gewählt. Als Vertreter kannst du sogar in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dieser beobachtet den Vorstand, der die Wohnungsbaugenossenschaft leitet. Und wollen die Mieter überhaupt haben? Na klar, denn dort ist jeder willkommen. Schau mal auf Facebook vorbei. Da findest du alle Angebote der Wohnungsbaugenossenschaften. So ganz einfach, oder? Schau mal auf! Schau mal auf! Schau mal auf! Bis zum nächsten Mal.